Wie ist die Einsatzkarte der Küstenschmiede? Open Source Software ein, das was wir machen, stellen wir auch Open Source zur Verfügung und ich möchte jetzt mal erzählen, wie wir da zu dieser Einsatzkarte gekommen sind. Hier ist eine kleine Agenda, also ich erzähle was über die Einsatzkarte, was soll das überhaupt, was wird damit gemacht, dann wird der Tobias einen technischen Hintergrund dazu liefern. Ich erzähle dann wieder, was die Einsatzkräfte, die Feuerwehren oder andere Rettungskräfte im Katastrophenschutz zum Beispiel, was die eigentlich damit machen, wie die das nutzen. Und ja, dann gibt es noch einen kleinen Ausblick, was wir noch so für Ideen gerade auf dem Schirm haben. Und dann könnt ihr natürlich gerne Fragen stellen. Hier habe ich jetzt so ein paar Logos, sag ich mal, platziert, da kann man sehen, wer da alles mitgemacht hat. Also eigentlich ist es so gewesen, dass unser lokaler Kreisfeuerwehrverband, der Kreisfeuerwehrverband Friesland, einer der Ortsbrandmeister, der kannte uns und wusste auch, dass wir was mit Karten machen. Und hat gesagt, wir haben hier bei uns im Landkreis das Thema Bahnrettung und da setzen sich verschiedene freiwillige Rettungskräfte, setzen sich da zusammen und diskutieren, wie können wir das besser machen. Also die sind sonst somit so tatsächlich auf Papier, haben die Karten gehabt und sind dann losgefahren mit ihren Einsatzfahrzeugen und haben da auf dem Papier geguckt, wo muss ich eigentlich hin? Und was finde ich da womöglich vor? Und die haben gesagt, das wäre doch eigentlich besser, eine Online-Karte zu haben, die im Internet zur Verfügung steht, um Einsätze auch vorzubereiten. Also die sitzen in der Einsatzzentrale und da ruft einer an, hier ist irgendwo was passiert, dann gucken die tatsächlich auf Google Maps nach, wo ist dieser Edeka gerade? Und dann fahren die Feuerwehrleute los und haben im Zweifelsfall bloß eine Papierkarte dabei. Und in dieser Bahnrettungsrunde saßen also auch Leute vom THW und auch noch welche von der Bundesbahn, die sind hier, da habe ich das Logo mir gespart. Und die DLRG ist dann nachher auch noch dazu gekommen. Und wir haben dann mit denen zusammen aufgrund ihrer Anforderungen dann diese Einsatzkarte gebaut. Diese Einsatzkarte, also nachher gibt es hier auch noch zu sehen, diese Einsatzkarte teilt sich in drei Bereiche ein. Da gibt es einmal natürlich die Karte selbst. Da können die Rettungskräfte gucken, wo sie hin müssen, was im Weg ist, was sie vorfinden, wie auch immer. Da kommen wir noch detaillierter dazu. Sie können aber auch für sie relevante Informationen erfassen, bearbeiten, ergänzen. Und sie haben einen geschützten Bereich, also für die Feuerwehr selbst jetzt. Der ist eher nicht öffentlich. Da tragen sie auch ein, hier ist mein Feuerwehrhaus, das kann jeder sehen. Aber was ist da drin? Das kann nicht jeder sehen. Das tragen die da ein, um womöglich Fahrzeuge, Ausrüstungsdetails da zu erfassen. Ja, was wollen die da also mit? Das hatte ich schon eine Menge darüber erzählt. Die Einsatzkarte steht ja online, im Internet bereit. Das gibt es ja manchmal nicht, das Internet, das ist dann ganz schlecht. Aber man kann auf alle Fälle die Einsätze vor- und nachbereiten. Man kann irgendwie gucken, wo kann ich überhaupt langfahren? Das zeige ich dann noch. Was finde ich da vor? Was hätte ich anders machen können? Welche Bereiche muss ich womöglich räumen oder räumen lassen? Für welchen Bereich ist welche Gruppe zuständig? All sowas kann man da sehen. Natürlich eignet sich das auch Astrein, um Feuerwehrleute zu schulen. Da kann man Einsatzszenarien abbilden und was wäre, wenn machen. Und was habe ich noch? Hast hier noch was zu sagen? Ja, das Ganze läuft ja natürlich auf einer OpenStreetMap. Das ist die Datenbasis dafür. Das sieht dann, jetzt sieht man so ein kleines Stückchen schon mal von der Einsatzkarte. Man hat da normal, ganz normal, das ist hier ein bisschen abgeschnitten, aber man sieht es trotzdem noch. Ja, das ist echt leider echt doof abgeschnitten. Aber ihr könnt das nachher auch selbst angucken. Man sieht da in diesem rechten Bereich, der jetzt hier nämlich abgeschnitten ist, da kann man die einzelnen Lokationen einfach anklicken. Man kann sagen, was ist hier wo? Also, das ist für die Einsatzkräfte quasi vorkonfigurierte, wie soll ich das sagen, vorkonfigurierte OSM-Abfragen, also die wir über die Overpass-API abwickeln. Das wird im Hintergrund gemacht. Die Einsatzkräfte brauchen nur noch raufzuklicken. Dann wird die Abfrage gefeuert und das Ergebnis in der Karte angezeigt. Und diese einzelnen Lokationen können die Feuerwehrleute dann auch über das Forum erweitern. Da hängt ein Forum dran. Oder können, jeder Eintrag enthält auch immer einen Link auf die OSM-Datenbank, wo das man, wenn man da raufklickt, also was ich meine, hat man da so einen Hydranten. Die Hydranten haben alle Angaben, wie dick ist das Rohr, was da rauskommt. Und wo ist der Hydrant genau? Das sind hier in diesem Fall so diese kleinen blauen Punkte, das sind überall Hydranten. Können die auf den OSM-Link klicken und sagen, der ist gar nicht hier, sondern der ist da fünf Meter weiter und der Rohrdurchmesser ist gar nicht 80, sondern 100. Da können die direkt editieren und die OSM-Datenbank profitiert dann sofort davon. Und für den nächsten Feuerwehrmann sieht, der sieht den Hydranten dann auch am richtigen Platz. Ja, das habe ich schon gesagt. Die Einsatzgruppen können in die Karte eintragen und bearbeiten, können Kommentare heranschreiben und können die Einträge erweitern. Die Erweiterungen, die die eintragen, sind dann im Pop-Up sichtbar. Das können irgendwelche Informationen sein, hier jetzt rechts rum, hier jetzt links rum oder hier kommst du nur ran mit XYZ. Alles, was womöglich sich in OSM abbilden lässt, kann da auch direkt reingeschrieben werden, also über den Yosem dann. Und einige Feuerwehrleute sind da auch schon ganz fit. Und für andere haben wir schon einen Schulungstermin vereinbart, dass sie, wenn sie auf sowas treffen, dass wir denen dann erzählen, wie macht ihr das richtig. Ja, wie geht das mit dem Eintragen? Wir stellen da im Forum so einen Geopicker bereit. Da kann man hier oben einfach eingeben, wo man hin will. Dann läuft eine Nominat im Suche los. Hier hat jetzt einer den Badesee Tannenhausen und möchte da eine Rettungsstation eintragen. Dann klickt er da hin. Wir haben jetzt mal angenommen, dieses Haus ist jetzt die Rettungsstation. Dann klickt er da hin und das kriegt gleich schon den richtigen Eintrag. Also das kann er nicht als Restaurant oder als Hotel oder als Tankstelle taggen, sondern er befindet sich im Bereich Karteneinträge, Rettungswesen. Und jetzt kann er hier noch eintragen, Seerettung und das ist die Rettungsstation. Und zack, ist die erst mal in der Datenbank und zwar lokal. Und wir kümmern uns dann darum, dass diese Einträge in OSM landen. Ja, und ich bin jetzt erst mal mit meinem ersten Teil durch. Jetzt kommt Tobi und der erklärt, was technisch da eigentlich im Hintergrund abläuft. Jo, danke. Ja, gebe ich dir. Gut, ich möchte euch jetzt eben kurz erzählen, was steckt dahinter. Ja, das, was hinter der Einsatzkarte steckt, das ist etwas, was jeder selber machen kann. Wir haben es Conforges genannt. Was ist Conforges? Das Wort alleine beinhaltet schon Content Management für Geoinformationssysteme. Es geht einfach darum, dass auch Leute, die jetzt nicht programmieren oder so, einfach Websites erstellen können, eben mit den Sachen, die hier in der Community entwickelt wurden. Wir sehen es hier auf der linken Seite. Und das Ganze verbinden wir, das kann man leider jetzt nicht sehen, weil es abgeschnitten ist, mit Contao, das ist ebenfalls ein Open Source Content Management System mit einer sehr großen, sehr offenen Community, für das jeder mitentwickeln kann. Es sind Ansprechpartner da, man kann Fragen stellen. Und dafür haben wir jetzt Erweiterungen geschrieben. Zwei sind besonders zu nennen. Das sind einmal die Kartenanwendungen, in denen ich mir selber Karten zusammenklicken kann, eben mit diesen Bestandteilen. Und ein anderes ist das Forum, womit ich dann noch Textinteraktionen da mit reinbringen kann. Wir haben das Ganze dann bei uns in vier Bereiche aufgeteilt. Also wir haben einmal in der Mitte die Karte, die besteht aus dem Kartenprofil, oder mehreren Basiskarten, den Lokationsstilen und der Kartenstruktur. Und auf die vier Bereiche möchte ich jetzt im Folgenden noch ein bisschen näher eingehen. Ich fange mit den Kartenprofilen an. Kartenprofile sind, ich habe es mal versucht auf der Karte zu highlighten, rechts ist leider ein bisschen abgeschnitten. Da geht es um die Steuerung, die Werkzeuge, das Verhalten der Karte, also wie kann ich die bewegen mit der Maus, mit der Tastatur oder beiden. Die Anzeige, das sind hauptsächlich Sachen aus Open Layers, die kennt man, wenn man damit entwickelt hat. Ein Beispiel dazu, wir sind jetzt hier, das ist ein Ausschnitt aus dem Contour Backend. Ich habe wirklich nur einen kleinen Teil genommen, damit es übersichtlich bleibt. Wäre jetzt hier beispielsweise die Messwerkzeuge, die zu aktivieren. Da kann man hier oben ganz toll sehen, das ist einfach nur ein Klick für den Benutzer, also für den, der die Seite aufbaut. Und schon ist auf der Karte das Steuerelement für die Messwerkzeuge vorhanden. Der nächste Teil sind die Basiskarten. Die sind aufgeteilt nochmal in Karten und Overlays, das heißt, ich kann eine Basiskarte mit einer Overlay-Karte verbinden. Auch das nochmal im Backend. Wir haben diese Einträge, die sieht man. Wir haben dann ganz rechts einen Punkt für die Overlay-Karten. Da komme ich dann in einen Bereich, in den ich Overlay-Karten benutzer-spezifisch eintragen kann. Die werden dann mit der Basiskarte verbunden und sind später im Layer-Switcher halt als einen Punkt verfügbar. Und natürlich kann ich die Karte an sich selber erstellen und editieren. Ich komme dazu dann auf diese Maske, in denen ich hier die URLs angeben kann, wo kriege ich die Karte her. Und es sind auch schon standardweise ganz viele Sachen aus der Community schon mit drin. Die kann ich halt so ganz leicht auswählen und die tauchen dann im Layer-Switcher ganz oben unter Basiskarten auf und können dann vom Benutzer ausgewählt werden. Ja, dann gibt es natürlich noch die Lokationsstile, also das, was auf der Karte angezeigt wird. Hier geht es vor allem darum, wie werden sie angezeigt und was wird unter Umständen als Zusatzinformation angezeigt. Das sieht im Backend ganz ähnlich aus. Ich habe wieder eine Liste von den Sachen, die schon angelegt sind oder noch angelegt werden. Entschuldigung. Auch hier wieder komme ich auf diese Maske. Im Contao-Backend ist die immer sehr ähnlich. Also es ist, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann ist es ziemlich leicht, in jedem Bereich irgendwas umzustellen. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, ich kann mir den Namen geben, ich kann ihm ein Bild zuordnen, kann sagen, wie groß ist das Bild. Und es ist alles super leicht beschrieben und ich komme halt nicht mit Code in Verbindung oder so, sondern kann ganz einfach mit einem ganz einfachen Look & Feel hinten was einstellen und bekomme dann ganz schnell eine Lokation. Hier ist es jetzt in diesem Beispiel der Bahnhof bei uns in Jever und mit den Pop-Up-Informationen ganz leicht. Ja und zum Schluss, die Kartenstruktur, das ist eigentlich das, was später alles zusammenbringt. Also was bestimmt, welche Karten habe ich, was hängt da dran, wie hängt es da dran, das kann man jetzt rechts leider nicht erkennen. Das ist bei uns ein bisschen noch besonders, also was sich unterscheidet von dem Standard, ist, wir haben zum Beispiel eine Baumstruktur. Das heißt, wir können nicht nur eine Liste anzeigen, sondern wir können auch Sachen gruppieren und somit dann dem Benutzer eine leichtere Übersicht geben, der das dann aufklappen kann und kann dann aus Bereichen Punkte auswählen. Das ist vor allem praktisch, wenn ganz viele Punkte vorhanden sind später auf der Seite. Das sieht im Backend so aus, das ist halt ein bisschen unterschiedlich, weil sich das Ganze dann in der Baumstruktur einordnet. Wir können hier sehen, es fängt mit einer Karte an, also das komplette Element und dort hängen dann die einzelnen Gruppen dran und die Lokationspunkte. Die Einzelpunkte, die sind dann wieder wie in den anderen Sachen im Backend auch. Wir haben hinten diese Kontrollflächen, ich kann einzelne Punkte auch schnell ausblenden. Das heißt, die sind dann nicht gelöscht, aber im Frontend schon mal nicht sichtbar. Und die Eingabemaske ist wieder sehr ähnlich. Wir haben hier allerdings ganz viele verschiedene Typen, die wir angeben können. Also wir können das Ganze als Karte verwenden und wir können sagen, von wo kommt das. Also wir können GPX-Formate einbinden, KML-Formate oder hier in diesem Beispiel ist es eine Anfrage an die Overpass-API. Das heißt, wenn ich mit der Overpass umgehen kann, kann ich hier eine Query reinschreiben, noch etwas konfigurieren und wenn der Benutzer dann im Frontend auf eins dieser Elemente klickt, wird die Query abgefeuert und der Punkt wird dann auf der Karte dargestellt mit den Informationen, die zurückkommen. Ja, und das wäre schon der Einblick ins Backend und dann möchte ich wieder zurück an Klaus geben. Ja, wie sind die Feuerwehrleute und Einsatzkräfte auf uns losgegangen? Was wollten die überhaupt? Darüber möchte ich ein bisschen was sagen. Die haben gesagt, wir wollen also unsere Einsätze planen können. Das ist ja zum Teil auch so. Also ich war neulich gerade auch auf so einer Preisverleihung. Da sind hier Leute aus Jefer dafür geehrt worden, dass sie beim Elbehochwasser gewesen sind und da wochenlang, nee, wochenlang war es ja nicht ganz, aber Sandsäcke geschleppt haben, Bäume aus dem Wasser gezogen haben. Die sind mit Kränen dahin gefahren und allem Krams. Und da hätten sie schon gern diese Einsatzkarte gehabt. Aber da haben sie gesagt, okay, nächstes Mal. Wir wollen uns also auch orientieren können, da, wo wir nicht herkommen, wenn wir mal überregional eingesetzt werden. Nicht jeder, also auch bei den Wären ist es ja so, wenn der eine aus dem einen Dorf kommt, weiß der nicht in dem anderen Dorf, wo da jetzt genau die Hydranten sind oder wo Wasserstellen sind. Manchmal läuft man auch einfach dran vorbei. Man sieht aber auf der Karte ganz toll, hier ist ja ein Hydrant, hier ist ein See oder hier ist ein Swimmingpool, keine Ahnung. Das kann man dann, das kann man dann da sehen. Also Überblick und Orientierung, die wollen natürlich für den Einsatz relevante Informationen haben. Da sind, Entfernungen sind wichtig, aber auch Höhenlinien sind wichtig, weil wenn man irgendwie ein paar hundert Meter überbrücken muss mit so einem Wasserschlauch und das geht hundert Meter hoch, dann muss man da eine Pumpe in die Mitte setzen. Das ist für die einfach ganz wichtig. Die wollen diese Einsatzszenarien editieren können und die brauchen Messwerkzeuge. Ja, und das ist der zweite große Punkt, da haben wir auch in anderen Vorträgen schon drüber gehört, dass die Anforderung immer wieder kommt. Die wollen eine Offline-Karte haben für unterwegs, wenn das Internet nicht zur Verfügung steht. Ja, da sage ich später noch einen Moment zu. So, jetzt sieht man hier mal, ja jetzt kann man es ja auch, das ist jetzt nicht so abgeschnitten, jedenfalls nicht so doll. Jetzt kann man hier mal so ein bisschen sehen, was die eigentlich machen. Also hier ist ein angenommenes Szenario, das im Schwimmbad, das ist hier der große Klotz da oben, da ist irgendwie Chlurgas ausgetreten, der Einsatzleiter hat irgendwie erfahren, aus Nordwesten kommt irgendwie der Wind, dann zeichnet der sich da mit den Messwerkzeugen da oben, zeichnet der sich so ein Dreieck da mal eben rauf und kann die voraussichtliche Ausbereitung dieses Gases hier, sage ich mal, erstmal simulieren, kann seinen Leuten sagen, okay, hier diese beiden Straßenzüge, da könnt ihr schon mal hin und die Leute da rausholen. Und kann denen auch sagen, wie die da hinkommen. Das sind ja nicht alles ortsansässige Feuerwehrleute, sondern die kommen ja auch aus anderen Dörfern. Und kann hier auch sehen, sind hier womöglich irgendwelche Schulen oder irgendwelche anderen öffentlich relevanten Gebäude in der Nähe, die ich beachten muss, die ich womöglich auch räumen muss. Kann je nachdem, was er sich da zusammenklickt, auch Parkplätze sehen, kann sehen, wo kann ich mit meinem Truck wenden. Kann ich irgendwie meine Fahrzeuge irgendwo parken, was muss abgesperrt werden. Hier kann die Einsatzkarte für die Planung ganz wertvolle Dienste leisten, meinen wir. Und meint die Feuerwehr auch. Oh, hier habe ich nochmal ein Szenario aufgemalt. Das kommt so ein bisschen aus der Bahnrettung. Die dicke schwarze Linie ist so eine Versorgungsbahn zum Jade-Weser-Port. Und die melden dann bei Bahnkilometer 1,2, keine Ahnung, ist irgendwie ein Zug umgekippt. Und da gibt es brennbare Ladung, da könnte was passieren. Und jetzt sagt die Feuerwehr in Akkum, ja okay, wie kommen wir denn dahin? Da haben wir einen Routenplaner. Man kann sich die Strecke anzeigen lassen und sieht dann auf der Strecke auch, das ist jetzt hier in braun. Das kann man denn aufklappen, habe ich jetzt nicht gemacht. Da kann man jetzt sehen, kann ich da überhaupt rüber. Das sind irgendwelche Breiten, Längen oder Gewichtsbegrenzungen. Kann ich da langfahren? Also augenscheinlich konnten die hier aber langfahren. Man sieht wieder die Hydranten in blau. Und hier habe ich mal einfach abgemessen, wie weit ist das da zu dem Teich hin, falls die Hydranten irgendwie nicht genug Wasser liefern. Bei dem einen muss man ja auch noch über die Straße rüber, kann man das überhaupt. Also legt man vielleicht irgendwie, das ist jetzt hier ein bisschen übertrieben, legt vielleicht einen Schlauch da an diesen See und weiß dann gleich Bescheid, wo man das Wasser herkriegt. So benutzen die das. Ja, was wollen wir machen? Wir wollen also eine Offline-Karte anbieten. Da werden die Leute, sag ich mal, für bezahlen müssen. Das wird kostenpflichtig sein, weil wir da die Karte offline zur Verfügung stellen. Also die kriegen dann so einen USB-Stick, den stecken die in ihrem Einsatzfahrzeug in den Rechner und da ist die gesamte Einsatzkarte drauf. Und die wird dann auch für die Feuerwehr, da gibt es ja auch verschiedene Trupps, wird da angepasst, da gibt es einen Gefahrgut-Rettungstrupp, der will was anderes sehen als die Wasserrettungstrupps, wie auch immer. Das wird angepasst. Und das Ziel ist jedenfalls, dass das Ganze ohne Internet läuft. Und je nach Gebiet können wir da auch unterschiedliche, können wir diese Offline-Karte mit unterschiedlichen Schwerpunkten versorgen. Und so können wir eben auch, so können wir auch eben Hydranten ohne das Internet in der Karte anzeigen. Wir wollen einen Editor anbieten, wo so ähnlich wie vorhin mit dieser Gas-Geschichte, das ist jetzt ja nur temporär, wo die tatsächlich auf der Karte sich Einsätze raufmalen können und dann auf eingezeichnete Bereiche wieder sich Positionen anzeigen lassen können, auch dauerhaft, um tatsächlich Planspiele zu machen. Das ist auch für Schulungszwecke sicherlich sehr interessant. Weiterhin planen wir, temporäre Gefahrenpunkte abzubilden. Also Großveranstaltungen wie Altstadt-Feste oder Stadt-Feste, Open-Air-Konzerte, aber auch wenn die wissen, dass ein Gefahrgut-Transport dann und dann durchfährt, dann kann man den also auch in die Karte einzeichnen. Für einen gewissen Zeitraum kann man den anzeigen und dann ist er wieder weg. Spezialgruppen abbilden, klar. Es gibt viele Spezialeinheiten. Also wo ist meinetwegen die nächste Druckkammer, wenn es einen Tauchunfall gegeben hat? Wo ist eine Spezialeinheit, die das ganze Zeugs mal ausleuchtet, wenn es in der Nacht passiert ist? Das alles kann man auf der Karte einzeichnen. Ja, und wir haben da noch ganz, ganz, ganz viele mehr Ideen und arbeiten auch da mit den Einsatzkräften zusammen. Die bringen uns auch immer wieder neue Wünsche an. Ja, jetzt der obligatorische Schluss. Diese ganzen Sachen, von denen wir erzählt haben, könnt ihr hier unter diesen Links finden. Das System, was hinter dem Ganzen steckt, wird auf konforgis.org nochmal genau erklärt. Die Einsatzkarte könnt ihr unter Einsatzkarte aufrufen. Und wenn euch interessiert, was die Küstenschmiede sonst so macht, auch der Link zur Küstenschmiede. Das konforgis kann man natürlich da auch überall, kann man da bei konforgis auch downloaden. Auf die Source, ja klar. Auf GitHub sind wir da noch nicht. Das geht erst in Version 2.5. Wir sind bei 2.4, also dauert nicht mehr lange. Dann ist das Ganze auch auf GitHub. Ja, zur Einsatzkarte haben wir schon mal Benutzer angelegt, weil es sich ja eigentlich an Einsatzkräfte wendet. Also man kann da, jeder kann da hin. Aber wir haben Benutzer angelegt. Berlin, Kennwort Foskis 2014, da kann jeder in die Karte mal reingucken und auch da mal rumprobieren und ausprobieren. Ja, ein bisschen Zeit für Fragen haben wir vielleicht noch. Genau. Vielen Dank für den Vortrag. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Ist ja auch jetzt im Prinzip der letzte Trecke. Und ich fange mal hier bei dir an. Ja, wir haben ja schon eine etablierte Struktur für Feuerwehrsumfeld im OSM-Bicke ja beschrieben. Und wir haben ja auch schon eine Feuerwehrkarte. Habt ihr diese Standards auch bei euch jetzt so übernommen oder habt ihr auch eigene Standards wieder gemacht? Welche Standards meinst du da genau? Also wir haben die Open Fire Map kennen wir. Und für die Open Fire Map sind ja die Standards im Wiki ja beschrieben, wie die einzelnen Hydranten. Und ich kenne mich da bei der Feuerwehr nicht so aus, aber ich habe das hier auch gerade auf dem Schirm. Wie die einzelnen Sachen aus dem Feuerwehrumfeld eben gemappt werden. Das ist auch irgendwie von Feuerwehrleuten entwickelt worden, soweit ich weiß. Aber scheinbar nutzt ihr die Standards nicht, ne? Ne, wir haben da, wir haben die Hydranten, hat uns der, über die, also über die Feuerwehrverbindung, nenne ich das jetzt mal, hat uns der örtliche, die örtlichen Wasserverbände, haben uns die Daten geliefert. Die haben, ja, haben uns die Daten geliefert. Wir haben dann bei der OSM-Gemeinde angefragt, können wir hier die Hydranten einspielen für den Landkreis Friesland? Das sind teilweise sehr genaue, teilweise nicht so genaue Informationen. Und die Hydranten werden dann auf der Karte mit verschiedenen Symbolen, also Unterflur, Überflur, Saugstelle, was es da alles gibt. Also ich glaube, da gibt es fünf oder sechs verschiedene Arten, werden auf der Karte entsprechend angezeigt. Und die sind auch so getaggt. Ja, klar. Die sind so richtig getaggt, aber klar. Nächste Frage. Ja, meine Frage wäre, machen die auch spezielles Routing, also so, dass man jetzt auch die Serviceauffahrten findet zu Autobahnen und weiß, wo die Drehleiter durchpasst? Oder ist das nach wie vor alles nur Erfahrungssache? Das Routing, das Routing zeigt den Weg, würde den Weg anzeigen und würde zeigen, auf dem Weg gibt es eine Höhengewichts- oder sonst wie Beschränkung. Aber der Router würde dann nicht umzufahren, weil ich vorher gesagt habe, mein Auto ist siebeneinhalb Tonnen oder mehr schwer. Das geht leider nicht. Weitere Fragen? Gibt es da eine Anforderung hinsichtlich Übersichtsbild oder Lagekarte, dass man halt die einzelnen Einsatzkräfte auf einer Zentrale sieht, um die besser koordinieren zu können? Oder ist das quasi immer nur aus User-Sicht? Wie komme ich am besten wohin? Das ist jetzt, das ist, noch ist es aus User-Sicht. Aber genau das ist auch in Planung, aber wir haben da noch keinen genauen Zeitplan, wann das kommt, aber das wird kommen, sodass die Einsatzleitung, also meinetwegen, da ist was Größeres passiert, die haben sich jetzt mit der Einsatzkarte, haben sie jetzt gesagt, da müssen wir hin, da bauen wir unsere Zentrale auf. Dass die dann auch sehen können, wo platzieren wir unsere Spezialkräfte, da sind die, da sind die, da sind die, das wollen die auf der Karte einzeichnen. Das ist dieser Editor, von dem ich gesprochen habe, dass die sowas dauerhaft in der Karte eintragen können und auch abspeichern können. Aber das ist noch nicht, ist noch nicht drin. Ich habe es gleich mal online ausprobiert, ich sehe, da gibt es auch ein Luftbild-Satellitenkarte. Ja. Müsst ihr dafür bezahlen, an den Anbieter der Satellitenkarte? Wegen jetzt rechter Geschichte, also das ist ja manchmal ein Problem. Was ist das, Tobi, was ist die Satellitenkarte? Was ist das, was ist das für eine Satellitenkarte? Weil ihr veröffentlicht das, ja, und da habe ich schon öfter mal gehört, man kann nicht einfach so Satellitenkarten, egal ob es Bing oder Microsoft, ist ja Microsoft oder Google das, kann man wohl nicht einfach öffentlich reinbringen. Bin ich ganz erstaunt, dass es bei euch eine Satellitenkarte gibt. Bin ich, bin ich jetzt, bin ich, bin ich überfragt, tut mir leid. Okay, gut, dann müsstet ihr vielleicht. Danke, da wusste es einer. Ja, nochmal, nochmal zu wiederholen, es ist eine Mapbox-Karte, also da wird tatsächlich viel bezahlt. Aber das wird viel bezahlt. Okay, weitere Fragen? Haben Sie selber geprüft, ob alle Schulen und sonstigen öffentlichen Gebäude drin sind von der USM-Community oder haben Sie selber die ergänzt? Oder haben Sie Kontakt zu lokalen USM-Lern, damit die einfach auch diese normalen Objekte, die für Sie relevant sind, als Nebeninformationen auch alle drin sind und auch eventuell Straßen und so? Also wir nehmen, wir nehmen, aktuell nehmen wir das her, was drin ist und einige Sachen ergänzen wir, also wenn wir es besser wissen oder wenn wir es wissen und wir fordern die, wir fordern natürlich, also habe ich vorhin auch gesagt, wir fordern die Feuerwehren auf, das zu verbessern, also was sie da finden, beziehungsweise Einträge zu korrigieren. Wir haben, ich weiß gar nicht, die nächste USM-Gruppe ist auch schon wieder fast 100 Kilometer weg, aber ja, das liegt so an unserem Standort, aber wir beabsichtigen auf alle Fälle, da auch mal einen Stammtisch aufzumachen bei uns. Okay, noch weitere Fragen? Scheinbar nicht, ich habe noch eine kleine Frage. Ja. Die Karte, ihr seid jetzt, habe ich gesehen, ihr macht ja den Landkreis Friesland, ist das jetzt so schwerpunktmäßig erstmal, ist das skalierbar auf deutschlandweit? Nein, das ist ja, das ist ja OpenStreetMap, das funktioniert auf der ganzen Welt, aber die lokalen Wasserversorger haben halt eben da für die Daten gesorgt und wo das woanders auch ist, da funktioniert es dann auch genauso. Also ich weiß gar nicht, wer hatte das vorhin bei OpenStreetMap, da gab es auch Hydranten in, habe ich vergessen, also was da ist, wird angezeigt. Okay, also wir können im Prinzip auch für Feuerwehren in Bayern. Ja, natürlich, natürlich, ganz klar. Okay, noch weitere Fragen irgendwo? Okay, dann vielen Dank, es scheint wohl nicht zu sein, vielen Dank für euren Vortrag und... Vielen Dank.